Hallöchen, guten Morgen, Samira. Was ist denn los? Willst du mal Hallo sagen? Nein? Keine Lust. Wie dem auch sei. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Premiere-Kanal. Leute, heute starten wir mal von zu Hause aus. Also ich bei mir und Bianca wahrscheinlich bei sich zu Hause. Ja, ihr seht schon, sehr ungewohnte Umgebung. Ich bin noch daheim und ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir werden heute eine 24 Stunden nicht miteinander reden Challenge machen. Ich glaube, das wird die beste Challenge für mich jemals auf diesem Kanal, weil ich muss mit Bianca nicht reden. Wir haben heute keine Challenge geplant zusammen, gar nichts. Wir können heute wirklich diese Challenge auch durchziehen, dass wir nicht miteinander reden müssen. Das heißt, auch wenn wir uns mal sehen sollten, wir müssen nicht miteinander reden, sondern einfach nur, na, das reicht schon. Und das tut so gut. Das heißt, wenn wir beim Essen sind, wir können uns eigentlich völlig ignorieren. Ich muss mir heute den ganzen Tag nicht seine bösen Sprüche anhören und sein Generve oder sein Oder, 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 oder irgendwie sowas. Oder du willst ein bisschen spielen, oder? Ich hoffe, wir schaffen das. Ich bin gespannt, ob wir das aushalten werden. Du magst die Kamera nicht, ne? Ja, das kann ich verstehen, Leute. Das kann ich sehr gut verstehen. Wie gesagt, ich bin jetzt erstmal noch ein bisschen zu Hause. Wir sehen uns dann gleich im Studio wieder. Ich habe richtig Lust auf diese Challenge. Ich muss mit Bianca nicht reden. Was gibt es Besseres, Leute? Was gibt es Besseres? Ja, ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mit und dann sehen wir uns gleich im Studio. Tschüss. Leute, wisst ihr was? Ich bin jetzt im Studio angekommen und es gibt kein besseres Gefühl, in dieses Studio zu kommen und mit dieser einen Person heute nicht zu reden und den ganzen Tag eigentlich nichts mit ihr zu tun zu haben. Das ist eigentlich super. Also, ihr wisst gar nicht, was für ein Gefühl das bei mir ist. Das könnte fast schon ein Feiertag für mich sein. Wobei, ist es vielleicht auch. Weil, ich zeige euch jetzt mal etwas, was einfach nur toll ist. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Ich zeige euch jetzt. Hm. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ha? Hier ist eine Person und mit dieser Person muss ich einfach nicht reden. Ha? Ich kann hier rein und machen, was ich will. Und ich muss eigentlich wirklich gar nichts machen. Ne, ich kann wieder raus und ich muss auch nicht guten Morgen sagen. Ne, ich könnte jetzt guten Morgen in den Raum sagen. Und es würde keinen interessieren. Ey, würde ich diese Person jetzt, ne? Würde ich da jetzt was sagen? Ich weiß gar nicht, was hier gesagt wird, weil das ist meine Kamera. Damit kann ich machen, was ich will. Denn ich muss mit dieser einen Person, mit dieser Bianca, habe ich gehört, nicht reden. Ich glaube, das muss ich Eva auch nochmal erzählen. Wir gehen mal nach unten. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du gut? Na? Alles klar? Was mache ich hier? Erstmal geht mein Handy hier los. Ja, alles klar bei dir? Ja. Ey, ich habe extrem tolle Neuigkeiten für dich, Eva. Extrem gute Neuigkeiten. Na, bin ich gespannt. Und zwar läuft heute eine Challenge. Und zwar die 24 Stunden nicht miteinander reden Challenge. Aber nicht mit dir, sondern mit Bianca. Und ich habe schon gesagt, dass es mit eigentlich der... Also es ist so ein schöner Tag. Ja. Ich weiß gar nicht. Also... Wo sind denn jetzt die guten Neuigkeiten für mich? Ja, für dich nicht, aber für mich eigentlich nicht. Oh, guten Morgen, Eva. Mein Gott, ich dachte, es sind gute Neuigkeiten für mich. Nein, guck mal. Es ist dieser Heimhafen. Ja, ich habe sehr gut geschlafen. Vielen Dank. Das ist schön. Das freut mich. Es ist so toll. Ich würde gerne mal mit der Person irgendwie... Oh, die steht die ganze Zeit hier im Weg. Das meine ich, Eva. Das meine ich. Ich muss mit dieser Person heute nicht reden. Und weißt du, was für Glücksgefühle das... Das ist der schöne Tag meines Lebens heute. Das sind so Glücksgefühle, die ich einfach nicht beschreiben kann. Vielleicht willst du dann extra nett heute? Nein, eigentlich nicht. Also ich... Nicht zu mir. Ich suche immer noch nach den guten Neuigkeiten für mich. Ja, die guten Neuigkeiten sind einfach, dass... Dass ihr beiden super gut drauf seid, Leute. Ja, dass ich heute auch sagen kann, ich kann einfach ins Studio gehen, was ich will. Ich suche mit dieser Person zu, aber ich muss nicht mit ihr reden. Und wisst ihr, was für ein Gefühl das ist? Also es ist so Freiheit. So fühlt sich, glaube ich, Freiheit hier bei uns an. Weil ich muss mit dieser... Ich kann nicht so sehr sagen, wie sehr die nervt. Das ist so eine nervige Person. Das geht gar nicht. Ich muss dieser Person ja nichts sagen. Weil ich wollte jetzt mit der Kaffee reden. So, ich mache mir jetzt erst mal einen Kaffee. Diese Person kann sich ruhig einen Kaffee machen. Eva, wenn was ist, dann kannst du gerne mit mir reden. Selbstverständlich, ich sage dir Bescheid. Diese eine Person, wenn sie mir was mitteilen möchte, dann macht sie das bitte über dich. Okay, weiß ich Bescheid. Okay, danke. Weil ich möchte mit dieser Person heute nichts zu tun haben, wenn sie diese Challenge gewinnen möchte. Danke. Weil es gut ist, diese Person weiß gar nicht, dass sie diese Challenge gewinnen möchte. Sie soll ruhig weitererzählen. Ich höre ja nur zu, ich muss ja nicht mit ihr reden. So, also es macht richtig Spaß, weil ich kann jetzt eigentlich Kahn richtig arg nerven, ohne mit ihm reden zu müssen. Aber er lässt mich ja kaum zu Wort kommen. So gar nicht miteinander reden ist gar nicht so einfach, weil ihr wisst ja, wie Kahn ist. Der haut ja gerne mal so ein paar Sprüche raus und mir fällt es dann immer so schwer, nicht zu kontern oder irgendwas zu sagen. Aber ich kann es ja euch sagen. Und ich dachte mir so, ich muss das natürlich auch ausnutzen. Ich gehe mal zu ihm rüber ins Studio. Und ja, nerv ihn mal ein bisschen, beziehungsweise rede nicht mit ihm, sondern mit euch. Und ja, wir gehen einfach mal. Okay. Dann zocken wir noch eine Runde Murder Mystery. Aber was ist denn das für eine nervige Person, Leute? Ich sag's euch, ey. Ja, Leute, ich würde jetzt gerne eigentlich mit der Murder Mystery Challenge weitermachen. Aber ich habe ein Problem. Ich habe hier eine Person im Studio, die eigentlich nicht hier rein darf und das auch weiß. Kann die Person mal da drüben so ein bisschen ruhig sein? Ich möchte mich gerne mit euch unterhalten. Aber hier redet die ganze Zeit irgendwem. Ihr werdet total laut. Einfach. Sie hat heute Morgen nicht geduscht. Und das macht sie in der letzten Zeit, in der letzten Zeit macht sie das öfters. Der hat einfach die Couch total demoliert. Also noch nicht mal das kann er. Dann würde sie sich jetzt nicht darüber beschweren. Diese Person wollte mir helfen, mir helfen und hat es nicht geschafft und hat die Couch kaputt gemacht. Das Lustigste an der ganzen Sache ist, ne? Die Person denkt, dass sie Roblox spielen kann und sie kann es einfach nicht. Die Person, die von Roblox absolut keine Ahnung hat, die gerade in diesem Studio ist, versucht mir zu sagen, dass ich kein Roblox spielen kann. So, dann soll sie mal anfangen zu basteln. Dann soll sie mal anfangen zu basteln, was sie auch nicht kann. Ich könnte auch kurz die Polizei rufen. Ich könnte auch kurz die Polizei rufen, aber... Sie denkt jetzt, ich reagiere darauf, Leute, aber das macht sie nicht. Sie denkt jetzt, ich reagiere darauf, Leute, aber das mache ich nicht. Ich schaue nicht in ihre Kamera. Ich schaue nicht in ihre Kamera. Ihre Kamera ist halt nichts wert. Ihre Kamera ist nichts wert, genauso wie diese Person. Also ich muss schon sagen, ne? Leute, was macht ihr eigentlich heute so an diesem Tag? Seid ihr zu Hause momentan? Also was macht ihr momentan zu Hause? Wir laufen die Schulaufgaben von zu Hause aus. Leute, ich wollte mich ja eigentlich hier so ein bisschen mir es gemütlich machen, aber irgendwie ist das Studio nicht... Ich muss euch sagen, so was Unordentliches, hier sieht es aus wie, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Die Person, wirklich, ganz, ganz schlimm. Die Pfandflaschen... Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich es nicht gewohnt bin, mit Leuten zu drehen oder in einem Studio zu sein, die absolut keine Ahnung von YouTube und sowas haben. Ne? Und ich ihr alles beibringen muss. Es ist ein richtig schöner Tag heute. Die Sonne scheint, ich muss mit der Person nicht reden. Und jetzt ist sie endlich gegangen aus dem Studio. Das ist so schön. Aber mir gefällt sie nicht, weil, wie gesagt, die Couch ist kaputt. Von daher gehe ich wieder in mein Studio. Der ist jetzt... Der Kahn ist jetzt abgehauen. Oh, kann er meinen Gelaber nicht mehr hören. Aber das Gute ist, ich kann halt einfach mit euch reden und muss mit ihm nicht reden. Ich kann ihn völlig ignorieren. Das ist so ein bisschen wie 24 Stunden Kahnnerven. Jetzt ist mein Studio hier zu. Wenn diese Person in meinem Studio ist, also die Bianca, dann kann ich ja ruhig in ihrem Studio einfach mal sein. Dann nehme ich halt ihren PC jetzt. Das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Aber irgendwie ist das hier so. Also, was ich auch nicht verstehen kann, dass die Person das hier einfach nicht ernst nimmt. Diese Person nimmt das hier nicht ernst. Hier steht kein Zutritt. Von wem nur? Es sind überall Haare. Also, was mich am meisten nervt, ist gerade, dass die Person sich einfach hier auf meinen Chefsitzel setzt. Also, ich glaube, das braucht die Person auch nicht. Kann ja weg. Ein paar Sachen brauchst du hier auch nicht. Ich glaube, sowas hier... Ja, was noch? Ich glaube, ihre Tasche braucht die heute auch nicht. Packen wir auch mal weg. So, was machen wir noch so? So, ich setze mich jetzt einfach mal hier hin. So, also 24 Stunden... Meine Kamera! So, ich weiß nicht, was mit der Kamera von der Person passiert ist. Sie ist irgendwie ausgegangen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber ich kann ja zurück in mein Studio, weil diese Person sagt ja auch nichts. Sie sagt ja auch nichts. Aber habt ihr es gehört? Sie hat mit mir geredet. Das heißt, sie hat eigentlich die Challenge schon verloren. Eigentlich schon. Also, dementsprechend glaube ich, dass ich diese Challenge heute eher gewinnen werde. Das Schlimme ist, wenn wir beide Kameras haben, ne? Und wir ja nicht miteinander reden, sondern wir reden ja eigentlich mit euch. Ist das Schlimme an der ganzen Angelegenheit eigentlich, dass... Ich habe den Faden verloren. Genau. Dass ich gar nicht zum Ausreden komme, weil er die ganze Zeit redet. Er redet und redet und redet und redet. Und ich dachte, dass er mich heute 24 Stunden den ganzen Tag nicht nerven kann, weil er ja nicht mit mir redet. Aber Leute, er nervt mich trotzdem. Was... Irgendwas läuft schief. Ich muss auch sagen, ich glaube, Bianca hat diese Challenge nicht so richtig verstanden. Weil sie nervt mich die ganze Zeit. Ich möchte doch einfach nur Ruhe. Sie soll gar nicht zu mir kommen, weil wir müssen nicht miteinander reden. Auch beim Essen später möchte ich von ihr einfach nichts wissen. Also sie soll einfach nur ihr Essen essen. Ich esse mein Essen. Und dann ist alles gut. Lass mich doch einfach in Ruhe, Mädchen. Was hast du für ein Problem? Also, ähm, ja. Ich muss da jetzt irgendwie meine Challenge hier gewinnen. Und ich werde ihn schon dazu bringen, dass er mit mir redet. Und zwar habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt in sein Studio und klaue mir einfach was. Verstecke es, weil er redet ja nicht mit mir. Das heißt, er kann mich auch nicht fragen, ob ich es genommen habe oder wo ich es versteckt habe. Und vielleicht bekomme ich ihn damit. Und er fängt dann an, irgendwann mit mir zu reden. Und dann habe ich die Challenge gewonnen. Also, wir gucken mal, was wir klauen können. So, da sind wir schon in seinem Studio. Er ist nämlich jetzt gerade nicht hier. So, und was klaue ich denn? Ich glaube, ich weiß, was ich klaue. Ich werde zwei Bilder klauen, weil die fallen ihm definitiv auf an. Das muss ihm mehr auffallen. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach die Bilder. So. Und werde ich die verstecken. So. Es ist nur die Frage, wo verstecke ich die Bilder? Ähm, ich glaube, ich verstecke sie hinter dem Vorhang. So, ich habe die Bilder jetzt hier versteckt. Ähm, da kommt er definitiv nicht drauf. Und ich glaube, er wird gleich richtig wütend und ausrasten. So, Kahn, es tut mir leid. Ich glaube, der Punkt geht an mich. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass mein Haar wieder on fleek ist hier. Meine Antennen stehen ab. Meine Signale, damit ich genau höre, ob Kahn mit mir redet. Aus Versehen. Ich werde die Kamera jetzt auch hier stehen lassen, ähm, damit, wenn Kahn dann hier reinkommt, bestimmt wütend, aber in die Kamera spricht, ähm, damit ihr das natürlich schön mitverfolgen könnt. Ähm, Leute, irgendwas fehlt hier, ne? Ich war mal für einen kurzen Moment weg und da fehlen meine Bilder. Wer war das wohl? Natürlich war das Bianca, ich weiß es. Sie möchte mich wahrscheinlich irgendwie dazu bringen, dass ich mit ihr rede, ne? Brauche ich aber nicht. Weil diese Bilder, wenn die mir jetzt heute fehlen, dann ist das nicht schlimm. Und vielleicht finde ich sie ja sogar auch, ne? Ich weiß nicht, ob sie sie vielleicht bei sich versteckt hat. Das schaue ich gleich mal, ne? Ähm, ich denke mal nicht, aber trotzdem werde ich mal schauen, weil ich habe was vor. Sie hat mir etwas geklaut, was ich eigentlich nicht brauche heute, ne? So, was ich werde klauen, oder ich werde etwas klauen, was sie braucht, und zwar ihren Bildschirm, ne? Von drüben. Ähm, ich muss jetzt nur kurz warten. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie drüben ist oder nicht. Warte, ich gehe mal. Warte, warte. Okay. Ähm, sie ist noch da. Also, so scheint es zumindestens. Ich warte jetzt erstmal kurz, ne? Und versuche mal mitzuhören, ob sie die ganze Zeit im Studio bleibt oder nicht. Wahrscheinlich wartet sie jetzt darauf, dass ich rüberkomme. Aber ich warte jetzt erstmal ein paar Minuten. Ne? Ich werde jetzt keine Reaktion zeigen. Also zumindest ist es nicht ihr gegenüber. Also irgendwie, äh, kommt er wahrscheinlich noch nicht. Äh, ich lasse die Kamera laufen. Ich werde mir, ich werde noch mal kurz zu Eva gehen. Und, genau. Vielleicht kommt er dann ins Studio und sucht seine Bilder. Ähm, dann halte ich das auf jeden Fall hier fest. Genau. Ähm, bis gleich. Okay, Leute, sie ist nicht da. Und wie gesagt, ich werde jetzt mal, jetzt kommt meine Rache. Ach so, hier läuft auch was. Okay. Warte. So, also ich habe jetzt den Bildschirm, den ich brauche. Ne? Und ihr könnt euch gleich mal mit dieser Kamera Biancas Reaktion, äh, reinziehen. Ne? Viel Spaß. Ne? Oder da. Viel Spaß. Genau. Und, äh, den verstecken wir jetzt. Ich weiß noch. Wir haben heute gutes Wetter. Deswegen habe ich heute folgendes vor. So, das Ding hier kommt jetzt mal raus. Okay, vielleicht komme ich ja. So, der Bildschirm ist jetzt draußen. Viel Spaß beim Suchen, weil ich darf dir ja nichts sagen. Es sei denn, du redest mit mir. Dann hast du aber verloren. Bianca. Ich brauche gar nicht mit ihr zu reden. Meine Aktionen sprechen schon für sich. Ne? Ich sage ja. Ne? Also, ich muss gar nichts machen. Hättest du dir vorher überlegen sollen, Bianca, dich mit mir anzulegen. Ne? Rede doch einfach nicht mit mir. Mach einfach gar nichts. Ne? Aber nein, sie muss mich, sie muss mich ja beschäftigen heute. Seine eigene Schuld. Dein eigener Fehler. Du machst mich wahnsinnig. Warum klaust du mein Bildschirm? Okay. Erstens. Hat er mir gerade alles nachgemacht. So. Er hat es mir nachgemacht. Zweitens. Okay, es war schlau. Er hat natürlich was genommen, was ich brauche. Jetzt habe ich ein richtiges Problem. Ich brauche den heute. Keine Ahnung, was ich jetzt mache. Hm. Ich will aber nicht mit ihm reden. Ich will nicht. Ich würde jetzt einfach mal ins Studio rüber gehen und suche. Versuche. Ich gehe jetzt erst mal suchen. Ähm. Irgendwo wird er ja sein. Diese nervige Person, die mir alles nachmacht, weil keine eigenen Ideen da sind, muss es natürlich mir alles nachmachen. Übrigens ist die Wand ziemlich hässlich. Die ist komplett leer. Also Geschmack ist hier nicht da, würde ich sagen. So. Ich werde mal suchen, Leute. Das ist nicht meiner. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich bin ja ein Fuchs. Ich könnte mir einfach ein anderes Bild... Äh. Leute. Nein. Boah, der macht mich wahnsinnig, der Typ. Ne? Jetzt hat er mich eingeschlossen. Irgendwie kommt mir das gerade wieder richtig bekannt vor. Das kommt mir richtig bekannt vor. Oh, ich will ihn nicht rufen. Ich will nicht mit ihm reden. Oh, du machst... Echt. Wartet. Gut, ich... Ähm. Leute, ich tue jetzt einfach mal seine Wand hier anmalen. Und ich könnte er einfach mal irgendwas mit seinem Rechner machen. Was könnte ich hier noch machen? Hat er wieder aufgeschlossen? Ich habe irgendwas gehört. Nein. Ich sage nur dazu, Rache ist süß, ne? Rache ist süß. Aber du, dann mache ich es mir halt gemütlich hier, weil er muss ja irgendwann wieder in sein Studio zurück. Das heißt, ich bleibe einfach hier. Und siehe da. Er hat aufgeschlossen. Warum? Warum ist dieser Mensch so? Warum? Warum ist er so? Da raubt mir echt jeden Nerv. Aber ist ja nicht so, dass ich hier nicht durchkomme, ne? Soll ich euch mal was komisches zeigen? Guckt mal. Was ganz komisches? Soll ich euch mal was ganz komisches zeigen? So ein Möchtegern-Hulk hier. Ich glaube, die Person möchte, dass ich heute... Mann, no! Oh Gott, ich wollte mich so zusammenreißen, dass ich nicht mit ihm rede, ne? Ich sag's euch. Ich würde gerade so gerne mit ihm reden. Ich muss mir jetzt erst einfallen lassen. Was mache ich? Guckt mal, ich seh aus wie Kahn heute. Irgendwie, oder? 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 Ich geh mal in mein Studio. So. So. Er will, dass ich aufgebe, ne? Er will einfach, dass ich aufgebe. Leute. Ich frage euch jetzt. Soll ich aufgeben? Soll ich aufgeben? Ich mache es ungern, ne? Aber meine Nerven. Ich kriege graue Haare. Ich kriege Falten. Die Person macht mich einfach fertig. Okay. Gut! Kahn, du hast die Challenge gewonnen. Bitte, mach auf. Er hat es nicht gehört. Aber ich kann ja nicht mit ihm reden, wenn ich ihn nicht sehe, ne? So. Okay, Kahn. Der Punkt geht an dich. Ich rede mit dir. Du kannst nicht wieder mit mir reden. Aber du hast zwar nicht mit mir geredet. Aber weißt du, was es mehr war? Du hast mich 24 Stunden genervt. Du hast mich einfach 24 Stunden heute genervt. Ja, Leute! Ihr habt es mitbekommen. Diese eine Person hat mit mir gesprochen. Ich habe aber nicht mit ihr gesprochen. Das heißt, ich habe die Challenge gewonnen. Diese Person hat es noch nicht mal geschafft, ansatzweise 24 Stunden heute durchzuhalten. Das waren ein paar Stunden nicht mehr. Ja, weil du mich nervst. Ich verstehe das nicht. Also die Person redet auch mit mir, aber ich antworte gar nicht darauf. Mir ist es heute gelungen, diese Person so doll zu nerven, weil sie sich mit mir anlegen wollte und gar keine Chance hatte, diese Challenge überhaupt zu gewinnen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch aufgegeben hättet. Das hätte mich echt mal interessiert. Ich musste echt aufgeben wegen meinen Nerven. Wegen meinen Nerven. So, jetzt kann ich ja kurz mit ihr reden. Ja! Weißt du was, am Ende des Tages wäre ich sehr froh darüber gewesen, wenn du den ganzen Tag mit mir nicht geredet hättest. Glaubt mir. Wärst du einfach zu Hause geblieben oder auch, was? Ja, auch wenn ich nicht mit dir geredet hätte. Du hast mich ja trotzdem genervt. So, Leute. Diese Person kann sogar ohne zu reden nerven. Und das ist die Kunst, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Mal gucken, was für eine Challenge wir nächste Woche geplant haben, wo ich wieder gewinnen werde. Genau. Daumen nach oben da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt kann diese Person wirklich aus meinem Studio raus. Ja, jetzt geht auch schon mein Bildschirm zurück. Wo hast du den? Nee.